Bevor es losgeht, will ich noch etwas loswerden. Irgendeine Willow gibt sich als mich aus und soll sehr angeberig sein. Das bin ich. Ich bin Willow Gladewater. Los geht's. Hi! Wie ich auf diese kleine Insel kommen bin, wo man eigentlich nicht drauf kann, zeige ich dir jetzt. Heute ist ja wieder so warm. Wäre es denn nicht schön, in Silbersong Fluss ein wenig baden zu gehen? Von diesem Bug hat mir die liebe Hannah erzählt. Du kannst ohne ans Land zurückgesetzt zu werden, schwimmen, solange du willst. Und dabei habe ich ein kleines Geheimnis gefunden, was wirklich seltsam ist. Okay, der Reihe nach. Wie funktioniert der Bug? Zuerst verwendest du den Fotomodus Bug, also den Bug, wo der Fotomodus offen bleibt beim Reiten. Das heißt, abholen und oben rechts diesen Button drücken. Jetzt suchst du dir ein beliebiges Gewässer, wie das hier. Springst rein und wartest, bis diese Schwimmanzeige kommt. Und klickst dann auf das Kästchen, wo UI steht. Zweimal klicken, einmal einhaken und aushaken. Und ja, das war's. Jetzt kannst du auf diese Insel. Wo ich dachte, dass diese Brotinsel sei. Nee, ist sie nicht. Die ist immer noch offen. Aber wo ist dann diese Brotinsel? Jetzt kannst du einen sommerlichen Ausflug machen mit deinen Freunden. In Silbersong Fluss. Malerisch wie im Urlaub. Und wenn du ein wenig schneller reiten willst, halt an und steige vom Pferd ab. Dann wirst du merken, dass dieses Sattel-Symbol fehlt und du nicht aufsteigen kannst. Aber dafür gibt es auch eine Lösung. Klicke einfach hier unten auf Foto machen. Mit F1 kannst du das Interface ein- und ausblenden. Und du kannst wieder aufsteigen. Fast genauso, wie du es beim Fortpinter-Strand machst. Wenn du nach dem Schwimmen wieder aus dem Wasser kommst, ist alles wieder normal. Du kannst danach nicht mehr einfach schwimmen gehen, sondern müsstest den Bug erneut machen. Bei dem ganzen Ausprobieren, um zu schauen, wie das geht und was man damit alles machen kann, bin ich auch spaßhalber in den Bereich der Fähre gesprungen. Und da habe ich etwas entdeckt. Pferde. Aber nicht irgendwelche Pferde, sondern Tin Can und ein weiteres Pferd. Ist das Meteor? Was machen die dort auf den Grund des Sees? Das sind doch keine Seepferdchen. Die ersaufen doch. Hat das mit einer Quest zu tun? Was hat sich Starstab dabei gedacht? Ich habe wirklich darüber nachgedacht, aber ich verstehe es nicht. Hast du eine Theorie, was das bedeuten kann? Dann schreibe es mir. Na gut. Viel Spaß beim Schwimmen. Bei einem kleinen abenteuerlichen Ausflug ins Wasser. Nicht vergessen, Urlaubsfotos zu machen. Wer weiß, wie lange dieser Backen nötig ist. Irgendwie... Also... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.